Ich hätte es nicht gedacht, dass ich die Runde von vorher noch toppen kann. Ich meine, gut, da hatte ich mich jetzt mehr oder weniger selber weggeschmissen, weil ich gedacht habe, komm, Torbwerfer ist kaputt, scheiß drauf. Aber dass ich das jetzt noch toppe und noch schlechter bin, muss man auch erst mal schaffen. Ist auch so eine Art Skill. Ein Radar. Maschinenboost aktiviert. Kritischer Maschinenschaden. Nebelwerfer gestattet. Auftrag kritisch beschädigt. Guck mal, warum zum Fick ist genau da jetzt die Lücke, ne? Das ist doch auch wieder Verarsche, ey. Hätte ja wenigstens mal einen Torpitz fressen können, der Wichser, ne? Es hängen die schön zusammen, aber genau da, wo er mit dem Arsch jetzt hindreht, da ist die Lücke, ne? Fick dich. Fick dich. Ja, Andy, welchen Kreuzer meinst du denn, ey? Komm nicht wieder mit der Plümbus an, ne? Komm, kennst du hier auch mal irgendwas mit dem Torp treffen? Das wäre ja auch mal nett, ne? So, Castilla wird es auf jeden Fall nicht. Rujing könnte aber wenigstens mal ein, zwei Stück mitnehmen, oder? Ja, die Brindisi nimmt auch noch einen, oder? Zwei oder drei. Kritischer Maschinen schaden. Nebelwerfer gestartet. Aufkommen, kritisch beschädigt. Problem gelöst. Problem gelöst. Problem gelöst. Bitte. Das war's für heute. Was ist das? Was ist das? Du siehst also allgemein auch an dem Schaden, den du erhältst, kannst du manchmal schon reerkennen, okay, die Runde, die wird es nicht. Unser Team hat die Führung übernommen. Leider keine Ahnung, wo die Petro hin ist. Radar wäre jetzt schlecht für mich. Unser Team hat die Führung übernommen. Um einer geht noch, oder? Ja, ja, schönes Ding. Gegnerische Schlachtschiff gesunken. Maschinenboost deaktiviert. Komm, lad nach, Junge. Ach, da ist die Petro. Jo. Ey. Jetzt muss man jetzt aber auch nicht verstehen, warum die Petro jetzt nach I6 gefahren ist. Ich glaube nicht, dass er in die Tops reinfährt. Ich glaube, der macht komplett. Eigentlich mal 180 Grad Wände. Oh, doch nicht. Dann sollte er raus sein, oder? Tschüss. Ja, Wahnsinn, Junge. Ich darf Schaden machen, ey. Wer hätte es gedacht, ey. Hahaha. 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 Das war's. Die Goden, die wäre auf jeden Fall sexy, wenn ich mir die snacken könnte. Sieht doch gar nicht verkehrt aus. Sieht doch gar nicht. Ja, GG. Sogar direkt zwei Deathstrikes. Das ist ja richtig edel. Die Runde war jetzt aber auch echt nötig.